Langtechnik, der Experte für 5-Achs-Bearbeitung und Automatisierung. Ihr Anspruch ist unser Ansporn. Innovative Spannlösungen für Ihre Anforderungen in der Fräsbearbeitung sind unsere Stärke. In Kombination mit effizienten Automationslösungen deckt unser Produktionsspektrum den kompletten Fertigungsablauf Ihrer Werkstücke ab. In diesem Fertigungsprozess spielt das patentierte Vorprägen eine tragende Rolle. Anders als bei herkömmlichen Systemen werden Bauteile nicht im Spannmittel, sondern über das externe Prägesystem mit bis zu 20 Tonnen Druck geprägt. Das Resultat ist eine Prägekontur, deren Tiefe gerade bei härterem Material unerreicht bleibt. Bei einer Einspanntiefe von gerade einmal 3 mm wird das geprägte Werkstück nach dem Vorprägen formschlüssig in den verzahnten Backen des Schraubstockes gespannt und ist nun für den Einsatz in der Werkzeugmaschine bereit. Eine mannlose automatisierte Zuführung von Werkstücken gehört bei zukunftsorientierten Unternehmen längst zum Standard. Eines von drei Automationssystemen aus dem Hause lang ist die Eco-Kompakt 20, in der bis zu 20 Paletten oder Schraubstöcke Platz finden. Einfasste Bedienbarkeit und ein attraktiver Preis verhelfen unseren Kunden zu einem unkomplizierten Einstieg in die automatisierte Fertigung. Eine Besonderheit aller Langautomationen ist eine integrierte Schnittstelle unterhalb des Greifers, die das eigene Nullpunktspannsystem betätigt. In der Fräsbearbeitung kommen dann die Vorteile der Prägetechnik voll zum Tragen. Die kompakten Spannmittel von Lang liefern eine perfekte Kombination aus Haltekraft und der benötigten Zugänglichkeit für die 5-Seiten-Bearbeitung. Dauerbrenner unter den Langprodukten ist der Cleantech-Reinigungspropeller. Eingewechselt aus dem Werkzeugmagazin öffnet er seine Flügel bei Betätigung der Hauptspindel und reinigt durch die erzeugte Luft effizient Tisch und Vorrichtung. Cleantech – in der automatisierten Fertigung unverzichtbar. Die ganze Flexibilität des Automationsspanners kommt bei der Rückseitenbearbeitung durch den Einsatz des Avanti-Backensystems zu tragen. Durch seinen patentierten Backenwechsel sind verschiedene Aufspannsituationen innerhalb von Sekunden hergestellt. Selbst filigrane Konturen lassen sich mit dem Avanti mühelos spannen und bearbeiten. Im Gesamtkonzept von Lang spielt Modularität schon immer eine zentrale Rolle. Das Austauschen der Spannbacken ermöglicht dabei die Komplettbearbeitung ihrer Bauteile mit nur einem Schraubstock. Die für die Rückseite benötigte Genauigkeit wird beim Avanti durch einen spielfreien Backensitz garantiert. Dies sorgt somit für eine gleichbleibend hohe Qualität ihrer Bauteile. Prägetechnik, so sagt man, sei das Beste, was die Rohteilspannung zu bieten hat. Mit dem Avanti-Backensystem wird diese Technologie nun ideal ergänzt. So entsteht eine perfekte Symbiose für alle Anforderungen in der Fräsbearbeitung. Durch maximale Prozesssicherheit und perfekte Handling-Eigenschaften setzt Lang im kompletten Fertigungsprozess vom Rohteil bis zum fertigen Werkstück, ob manuell oder automatisiert, neue Maßstäbe. Langtechnik – der Experte für die Fünfseitenbearbeitung und Fertigungsoptimierung. Fünfseitenbearbeitung 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 Fünfseitenbearbeitung